Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin's, eure Anita. Heute gibt's mal einen Frühblog in der Früh. Nehme ich euch halt mal mit. Und ja, dann würde ich nicht so viel um den großen Brei labern und würde direkt mal anfangen. Heute reite ich übrigens den Muck. Und ja, wir gehen mal zu ihm hin. Da ist der Süße auch schon. Muck. Mucki. Ich hab mit ihm auch noch kein Video gedreht. Und ja, deswegen gucke ich mal, wie das mit der Kamera funktioniert. Aber ja, dann würde ich sagen, wir holen mal das Halfter und machen ihn fertig. Leute, ich weiß gerade leider nicht, wo das Halfter mit dem Fischdrehen ist. Deswegen nehme ich jetzt einfach das hier. Und ja, jetzt würde ich sagen, wir holen ihn mal raus. Und er hat auch noch die Möhren. Hat er gestern nicht ganz gegessen. Ja. Und ja. Und ja. Und ja. Und ja. Euer Christian. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.